Now it's time to play castle of illusion und es geht weiter wir haben das zweite level absolviert im spielzeug land ist schon wieder da jetzt gehen wir ins dritte das dritte level erwartet uns und wie sieht es aus oh nein es ist düster wieder so ein fieses level den orangen und den roten gem haben wir schon der sturm ich dachte es ist vorbei aber er muss tauchen mickey mouse under water die kenne ich doch krass krass Hier, schwimm mal rein, hier, schwimm mal rein Oh Ich muss noch einen Eingang geben, weil ein Weg fehlt mir noch Hier bestimmt Tauchen, 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 tauchen Ja Ah, noch einer Hopp Bin ich hier reingesprungen? Ja, ne? Aua Schatzkiste Einen anderen Weg müssen wir schwimmen Hier lang, hier lang, make hay Aha, hoch kann ich so nicht Da war Hier will ich rein, blöder Fisch Eine Höhle Okay Das war doof Also wir haben hier den Affen So Aber wie soll ich den Affen bilden? Alles durch Achso, okay, das sind mehrere Teile Die vom Affen Dann ist einmal das richtig Oder? Oh, ne, unten Das Und das Und Das Yeah Wow, Mickey Wir haben es geschafft, das Rätsel Das war einfach Zack, zack, zack Warten, bis der Sturm vorbei ist Der kleine Waterfall hier Und Fledermaus Dankeschön Und zack Zack Da muss ich jetzt auf die Fische warten Das war frech Das war wirklich, wirklich frech Jetzt aber Okay, jetzt warten Jetzt warten Und zack 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 Wofür schaffe ich? Alle Alle geschafft Obenrum Jetzt gehen wir wieder runter Ja Oh Oh Fiese Fische Erinnern mich Hey, hey Psst Mann Mann Gems Gems Are truly outrageous Ho, ho Ganz in die Kiste Haben nur noch zwei Versuche Ganz Unten Ist Eine Kiste Oh Gott Ich werde das jetzt nicht schaffen, Leute Ich versuch's trotzdem Dafür Ich muss Auf der Kiste sein Weil ich sonst ja nicht nach ganz unten komme Ich will ja die Kiste haben Deswegen werden wir es jetzt mit Diesem Leben schaffen Jetzt passt das ja Jetzt seht euch das an Als wenn ich's geübt hätte Und zack Eins Zwei Drei Und jump Wasserfall Jump 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 Schwing Jetzt nach unten So, jetzt muss ich gleich auf der Kiste Nee, ich muss so machen Ja Und zack Alles gesammelt Geübt hat er Weicht den Fischen aus Der Fledermaus Oh Oh Gott Alles bröckelt Hast du die Karte gesehen? Was war das für eine Karte? Oh Gott, dass wir die Karte haben Oh, wieder ein Donald-Witz Und jetzt? Boah, das war knapp Boah, das war knapp Das war nicht so great Das war nicht so great Wir sehen uns im nächsten Level Da 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 PGD Weiter, weiter im Abenteuer, im Sturm Oh nein, ich glaube, das sollte man nicht machen Halt dich fest, Mickey Alles klar, jetzt schaffe ich es aber hier durch Komm schon Ja Und weiter, 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 weiter Oh, den Jamm Oh, oh, oh Echt creepy An nem Skellyfish vorbei Geheimgang? Nein Dann wieder nem Skellyfish vorbei Oh, komm, ich werde da locker weggeschwommen Aha, Mickey kann auch hier so'n Speedy machen Überall Jammes, ey Schön hier die Jammes geholt noch Oh, hier geht's gar nicht lang Oh, Glück gehabt Nimm den Fisch jetzt mit Oh, Gott, nicht mich Unten? Ja, unten Da, 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 da Oh, oh, oh Super cool. Ah. Also Stern ist sicher, alles andere rotiert. Oh nein. Wieder die Underwater Depths. Da da da, Explorer Mickey. Scheiße. Da war irgendwas Rotes rausgekommen. Was toll. Oh. Habt ihr gesehen? Wir wären fast durch gewesen. Okay, okay, okay. Wir sind schnell nach oben. Schnell. Da geht noch einer, oder? Nee. Exit. Oh, ich glaube, das war aber nicht so gut. Das war nicht so gut, Leute. Natürlich waren wir im Business. Der Sturm 3. Wo ist der Boss? Ich würde sagen, ausweichen, bis das Wasser weggeht. Wie kann ich ihn jetzt angreifen? Er kommt da. Okay, er rollt ein bisschen durch die Gegend. Und dann schleckelt er. Nein, 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 nein. Oh, zweimal, ihr Lieben. Drei sind es ja im Hintergrund. Da sind es ja auch einer. Aber die kann man schön umschwimmen. Jetzt gehen sie wieder nach... Oh nein, jetzt werden sie gleich beide durchdrehen. Okay, erst du. Eins, zwei und schlecke. Und jetzt du. Eins, zwei und schlecke. Jetzt kommen noch mehr. War klar. Wir weichen ihn aus, ey. Like a Bowser. Like a Mickey Mouse. Oh nein, sie hat mich gefangen genommen. Lass das Wasser ab. Okay, okay. Was macht der? Was macht der? Geh da rein, endlich. Okay, zwei im selben. Okay, jetzt habe ich mich einmal treffen lassen. Das sind drei Stück. Das heißt, das war es dann. Eins, zwei, schleck. Zack. Nächster. Eins, zwei, schleck. Und letzter. Das hat bestimmt eine Überraschung. Eins, zwei, geschaffen. Das hat der Sprecher recht und wir werden den vierten im nächsten Part holen. Macht's gut, Leute. Schaltet wieder ein. Und tschüss. Das hat der Sprecher rechtpunkt. Bis zum nächsten Mal. Hähet- Vielen Dank.